Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei RuneFactory 4 Special und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, sodass ihr in der Station scheiden solltet. Und ich habe herausgefunden, was die Großes will. Hätte ich auch darauf kommen können. Weil die will einfach ein großes, großes, großes landwirtschaftliches Zeugnis. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder dahin gehen können. Okay, sortieren wir nochmal und dann machen wir das nochmal. Nehmen wir von der großen Tomate, von denen haben wir so viele. Aber es ist noch der Tag, wo wir da waren, das heißt, das müsste noch offen sein. Aber die haben wohl an verschiedenen Tagen offen, die Dinger. Das war beim Herbst, ne? Und da soll übrigens auch der Ort sein, äh, ich hoffe, das war das. War das hier das Ding? Ja, oder? Wir sind dann zum Winter rübergelatscht. Ja, ja. Das muss das gewesen sein. Ich weiß trotzdem erstmal was kleines rein. Hier, ich nehme das mal mit. Nur um sicher zu gehen. Ah, die hat etwas Funke-Glitzer, okay. Äh, welche, welche Quelle waren das dann auch mal, wo wir waren? Also, die da unten war es definitiv nicht. Ahem. Herzlichen Glückwunsch. Nee, die war es nicht. Wir sind niemals hier hingegangen. Da kann man eh nur mit Luftschiff hin, ne? Naja, das war mit der Maya Stami, das war über die Maya Straße, okay. Ah, da gab es noch ein anderes Gebiet. Wie hießen das nochmal? Oh, das hier? Das hier? Die Osten klingt richtig, ja. Aber das die hier? Das kam mir nicht so vor, als wäre das die hier gewesen. Oh, das muss die gewesen sein. Ey, die wäre etwas groß. Das ist wunderbar. Ich hoffe, diese Riesentomate reicht dir. Auch, das hat wehgetan. Oh, hallo, wie geht es dir? Ich bin die Fete des Frühlingsbundes. Ich habe Anspruch auf den Gegenstand, den du da hingeworfen hast. Denn so etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Aber vielleicht kann ich dir das hier geben. Können wir das eigentlich jetzt mehrmals an einem Tag machen? Oder müssen wir es an verschiedenen Tagen machen? Können wir jetzt nochmal was reinwerfen? Ah, wunderbar. Also, das hätten wir halt, weil das Alten nicht wieder bekommen. Was ich nochmal ganz kurz gucken will, weil ich habe gerade eben nachgelesen, wo man die Herbstrunde findet. Und ja, das ist genau an dem Ort, wo wir schon geangelt haben. Aber es gibt ja wohl einen Trick herauszufinden, was die seltenen Fische sind, weil die haben wohl einen leicht, einen leichteren Schatten quasi. Die haben so einen helleren Schatten. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das unterscheiden kann. Leute haben geschrieben, dass es sehr schwer ist, zu unterscheiden. Das sind dunkle Schatten. Das sind auch dunkle Schatten. Das sind auch alles drei Gläte Farbe. Was ist das für ein Fisch? Ich meine, der hat gefunkelt, der Fisch. Funke Glitzersteinchen, okay. Die sind irgendeine Edelsteine, ne? Aber habe ich das nicht? Ist das nicht hier? Feuerkristall? Ne. Ich meine, die ist nicht bei mir. Und das ist nicht bei mir. Und das ist auch für ein Fisch. Und das ist nicht bei mir. da müssen wir alle gleich hell bisher der ist ein bisschen heller oder ich bin mir unsicher tatsächlich aber es war ein stein wird es ist ein seltener fischer aber das kann richtig erkannt dass das heller war der kleine ist heller oder wenn man sich das gleich hält der da oben ist heller oder was spielt man aber schon dinge ein das wird man definitiv 29 Er ist sogar dunkler gefühlt. Da war ein leichterer Fisch, ich habe ihn gerade nicht erkannt. Also man kann die erkennen. Ich bin gerade rausgelaufen in dem Moment. Zumindest wenn man sie neben anderen Fischen sieht, kann man es erkennen. Da, da oben rechts ist einer von den, seht ihr den? Der ist halb transparent. Man erkennt es tatsächlich. Da ist wieder ein seltener Fisch. Oh, den Time, den wir noch brauchten. Wunderbar. Okay, ich weiß jetzt, wie man seltene Fische erkennt. Ich glaube, ich habe das Angeln gemeistert. Was lange wird, wird endlich gut. Mein Bauch wird immer schwerer. Toller, harter Ball. Ein flatterer Ball. Ihr Bauch wird immer schwerer, Leute. Bald gibt es Geburt. Bald gibt es Geburt. Bald ist Geburtstag. Den Fisch haben wir auch noch nicht geliefert. Dann müssen wir noch mal einen von denen kriegen. Aber wir wissen jetzt, wo sie sind. Und wir wissen, dass es ein großer Fisch ist, der halb transparent ist. Das hilft schon mal sehr. Ab ins Bett mit uns. Weißt du, was? Oh, guten... Morgen, Liebling. Ich sehe nämlich nach etwas Süßem, aber mal so richtig. Hier, ein Goodbye-Kiss. Ich verstehe nicht so richtig, was Liebe bedeutet. Ich habe mich bei so vielen Leuten erkundigt, aber jeder denkt anders darüber. Ist nicht so gut, wenn du es jetzt sagst, während wir verheiratet sind und Kinder warten, dass du nicht weiß, was Liebe ist. Ich weiß nicht. Sei mal gerade ein. Wir können vielleicht noch mal hier ein bisschen... Gesundheit ist ganz schön niedrig. Die LP sind gut. Panzerstufe ist 3. Na ja, gut. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir wissen, 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 wie es geht. da sieht man mal wie selten so seltene fische spawnen der rechts ich glaube nicht also die beide selten hat er schon na der ist nicht klar wir sind glaube ich alle gleich selten hier seltene fische spawnen das ist natürlich erst mal direkt verpieselt waren seltener fisch habe ich richtig erkannt ich bin mir bei dem nicht ganz sicher aber ich glaube nicht hatte ja selten ja da war jetzt natürlich nichts mehr aber das ist nicht das ist selten ja 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 noch ein teilen also wenn wir doch drei brauchten haben wir sie jetzt immerhin Okay. Hmm. 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 Keine seltenen Fischer. Nee, die sind gleich hell. Oder? Nee, das... Nee, die sind gleich hell. Hier sind auch alle gleich hell. Ja. Der ist selten, aber ich glaube, das ist kein bisschen großer. Das ist schon großer. Der ist selten und relativ klein. Das ist eher so mittelgroß. Was? Du hast ein Liebesschnapper. Ich schnappe überall beim Liebesschnapper. Ganz schön eingeschnappt. Der Liebesschnapper. Ah, da unten ist wieder einer. Aber ich glaube, das ist wieder irgendwie so ein Liebesschnapper oder sowas. ... 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 schätzen das ist verdammt viel wert das wissen ist halt viel wert wir wissen jetzt dass wir hingehen können das funktioniert das könnte halt wieder eine herztonne da unten sein problem ist natürlich ich kriege ihn nicht hier hoch am herr jetzt bitte kommen jetzt hier hoch bitte bitte nicht da hinten kommen her kann schon ich lasse es nach hause gehen aber wir haben wir haben viel geschafft jetzt ja das muss man halt schon sagen so man ganz ganz mit den teilen gucken will ich glaube wir brauchten die habs sondern noch hierfür dann haben wir hier nämlich alles durch weil das einzige was uns hier fehlte war das herbst unter dinge das heißt hier brauchen wir das machen dann habe das messer durch messer brauchen wir nie wieder angucken never ever messer ist vorbei messer haben wir durch so das schon mal schön ok weiter geht's dann dann haben wir auch schon wir mussten eben noch das liefern ok sonntin fisch müssen wir auch noch liefern kugelfisch wird noch spaßig ich weiß nicht wo es den kugelfisch gibt den liebeschnapper hatten auch schon geliefert das ist nichts besonders zum glitzer schnapper braucht wenn auch liefen müssen wir noch liefern ich hab den gibt es im sommer oder wird sagst bin ich mir verzicht herum müssen wir mal schauen dann den macher der dank der tantern und an dem dann dann blitzenden batat bbba bara perfekt morgen liebling und du wirst bald vaterliebling jetzt im essen ich habe mir etwas neuem versucht popcorn so neu ist das nicht das hast du schon sehr aufgegeben nach draußen gehen und händchen halten diese scheinbar gewünschen dinge sind in wirklichkeit etwas sehr besonderes stimmt liebling ja stimmt ich bin jetzt so happy dass wir das hinbekommen ist mit dem mit dem angeln dass ich jetzt weiß wie es geht ich habe es nachgeguckt also das was dazu sagen aber ich erkenne es das ist schon mal wichtig ich weiß dass ich es erkenne welche fische sind wir haben einen plan wir wissen dass was wir machen müssen nee der ist nicht heller aber leider war es nicht dafür ich den wir brauchten bei dem bin ich mir gerade ein bisschen unsicher aber ich glaube der ist nicht heller immer ein bisschen blöd weil hier ist und gerade jente halt von unten nach oben deswegen ist es manchmal schwer zu erkennen ist es ist ein dunkler fisch das auch und ich habe es schon da zu finden ist echt nicht einfach ich spawne nicht häufig jetzt nur noch schatten von den wolken da ist noch mal schwerer machen zu erkennen ja der große fisch da war schon ein bisschen heller aber das ist in uninteressant für uns die art von fisch brauchen wir nicht aber auch nur die herbst schon da also ja 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 komm schon meine liebe herbst runder ist das ein hellerer fisch nee ich glaube nicht der ist ziemlich der ist nicht durchsichtig der ist hell aber meinen wir werden nicht brauchen ja ja vielleicht ist der blitzerschnapper ups he oh das ist einer und das ist nein ich hab zu spät gedrückt das ist wieder ein seltener vielleicht ein bisschen zu klein das hätte unser zweiter herbst drunter sein können da ist wieder ein kleiner das ist eher klein dann nicht mittel groß die nervösität das ist wieder halb transparent aber ein großer aber das ist okay klar der verschwindet danach obwohl er gar nicht angelockt waren also verschwinden nur die fläche die angelockt sind natürlich spielen ich wollte jetzt einfach nicht angeln weil ich den fisch haben wollte und solche fische angeht die ich brauche so das wird ein time oder so sein den brauche ich halt nicht das ist eher ein kleiner fisch oder ja die zweite herbst gründer noch eine herbst gründer okay let's go dann haben wir die erste kategorie glaube ich durch ne haben wir ja schon werden die erste kategorie vom lieferverzeichnis haben wir dann durch da haben wir alle fische oder wenn wir den jetzt liefern aber schon ich wusste gerade nicht welcher fisch uns fehlt wenn es fehlt uns dann kein fisch mit dem man kochen kann das ist Musik Puh, ich weiß der Part ist vorbei, aber ich ziehe jetzt noch ein bisschen die, ich will die Herbstrunde haben, ich will die Herbstrunde haben. Musik Weil ich vielleicht noch Super Mario APG spielen muss. Das ist eigentlich der letzte Part sein sollte, den ich heute aufnehme. Vielleicht nehme ich da einfach noch einen auf, aber dann wird Super Mario APG ein bisschen die Nacht gespielt. Musik Die seltenen Fische sind hier echt selten. Wer hätte es gedacht? Aber ich sehe sie halt echt nicht oft. Musik Da ist ein seltener Fisch. Zwei sogar sind hier. Ne, ist nur einer. Musik Der Glitzerschnapper, der uns noch fehlte. Der fehlte uns ja noch. Stimmt. Jetzt haben wir den auch. Nice. Nice, wir haben alle Fische. Musik Es war nur noch eine Herbstrunde. Das war's, oder? Dann haben wir alles, was wir brauchen, oder? An Fischen. Seine Herbstrunde, bitte. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah. Dann. 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 Der Glitzerschnapper haben wir schon gemacht, aber wir müssen ihn noch liefern. Dann haben wir das hier. Wie haben wir? Wie haben wir? Kugelfisch, stimmt. Ah, Kugelfisch. Wir müssen noch einen Kugelfisch finden und liefern. Aber danach haben wir alles. Nur noch Kugelfische fehlen. Ich habe eine Idee, wie wir den Kugelfisch bekommen. Dann machen wir gleich noch einen Part. Der Saibling auch noch. Ah, der Saibling. Das tut weh, dass ich den verkauft hatte. Das tut fürchterlich weh. Da, wie, da, 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 da. Naja, immerhin. So, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren statt. Mal immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.